was geht und es kommt zu einem video auf einen kanal ich bin zwar noch und hat sich hat man bei infos bezüglich des 1 und ich will sagen ich habe jetzt einfach mal raus und sollte ja wüsste ich habe einen frees job dann habe ich immer noch aber ich habe es auch einen premium shop da kostet der kosten des 1 etwas geld weil es steckt schon ein haufer arbeit drin ich habe es für ein banner zwölf stunden gebraucht und ich hätte noch ein bisschen was ändern können da wäre ich gar nicht wissen also er ist schon geiler naja egal auf jeden fall werde ich jetzt die aufträge vom premium sein als erstes machen und zwischendurch mal einfach nehmen also ich mache erst premium anträge was ich noch zum ansprechen habe ist dass die leute die ich schon angeschrieben haben wegen den designs die bekommen das noch generell ist der ganze shop neu bearbeitet ich bin zu sehen und für alle die ich noch was schicken muss zum beispiel für mich gespielt den banner ich bin zu sehen ich bin zu sehen